Die haben Aim, Alter. Die haben Aim. Wenn der auf mich schießen würde, ich wäre sowas von tot. Schau dir das mal an. Schau dir... Oh yeah, Mann. Und wir... Show me, Alter. Show me. Und jetzt geht er erstmal einen Donut essen, Alter. What the fuck, Bulle? Ernsthaft? Also ich wäre schon fünfmal gestorben in der Zeit, wie die da ihr Battle gemacht haben. No problem. Der fährt vorwärts rein. Wieso musst du den einweisen? Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, darüber habe ich mich schon tausendmal aufgeregt. Aber er ist halt auch ein Moron, der Caesar. Ich glaube nicht mal, dass der Lastwagen da reinpasst. Von der Länge her vielleicht, aber nicht von der Höhe. Ja, no problem. Wir speichern hier auf jeden Fall jetzt. Mir fällt der Name von dem Film nicht ein. Ja, no problem. Ich fliege sogar unter der Brücke durch. Du bist ein dummes Arschloch, Just, Mann. Mann. Das... Äh... Ich hätte schwören können, ich komme da locker durch, Mann. Ich weiß nicht. Vielleicht stimmt was mit meinen Augen nicht. Ich brauche... Ich brauche neue Augen, Leute. Das kann ja nicht sein. Kann man jemandem bitte eine Augenoperation spenden? Das ist doch lächerlich. Ich hätte schwören können, ich komme da locker durch. Es ist aber auch eine Mistgurke. Guck mal, wie langsam der... Nach oben geht, Alter. Echt, Mama. Da brauchen wir mal ein bisschen Flugzeug-Viagra hier. Jetzt aber, jetzt aber. Kann nicht wahr sein, Mann. Vielleicht sollte ich nicht so nah an dem Flugabwehr-Dingens ran. Aber hey, hey. Man lebt bloß einmal. No risk, no fun ist mein Motto. Leute. W-Was? Was? Ich will... Was? Jetzt wackelt er schon wieder wie ein behindertes Arschloch. Ich war doch... Ich hatte doch kein Fahndungslevel und nix. Ey, 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 ey. Oh mein Gott, Alter. Es ist halt echt Cancer grad. Was... Wo kam denn auf einmal die Rakete her? Ich war doch da meilenweit schon vorbei. Hä? Ey, what the fuck, Mann. Er visiert ihn nicht an. Jetzt visiert ihn, ne? Was? Steh auf, Mann. Mach doch jetzt nicht hier einen Twerk auf dem Boden. Was? Wir machen jetzt keinen Engel. Hier ist kein Schnee. Du kannst in Stahlboden keinen Engel... Was zum... Der geht nicht runter von mir, Mann. Alter. Oh mein Gott. What the fuck? Spiel. Okay, fuck, Alter. Ich vertrügele dich jetzt so hart. Der will ja auch nicht sterben, Alter. Was? Huck dich so behindert, du Redneck. Muss ich erst rausspringen und dann zünden? Ich weiß es nicht, Mann. Ich glaube, wenn ich gleich zünde, gehe ich drauf, oder? Wenn ich rausspringe ohne zu zünden, ist Game Over, oder? Ich zünde jetzt einfach. Du bist im Flugzeug in die Luft... Meine Herren und Freunde, das ist genau das Thema, was ich meine. Steht auch nichts da, Mann. Steht nichts da, was ich machen soll. Und ich... Ich hatte doch genügend Zeit, da rauszuspringen. Ach mein Gott, der Himmel verfickte Scheiße nochmal. Und dann abhauen, Mann. Einfach aus dem Flugzeug raus. Das muss doch jetzt funktionieren, Mann. Du willst mich doch komplett verarschen, einfach. Let's fucking go, Alter. Das kann so einfach sein. Hey, du willst mich doch jetzt... Du willst doch... Nee, das kann nicht sein. Du willst mich doch jetzt wirklich komplett auf die Schippe nehmen. Also irgendwo, irgendwo hört der fucking Spaß dann auf. Wie sag ich dir so? Ich bin nicht kurz davor, hier alles hinzuschweißen. Stopp, der Scheiße nochmal. Was? Der fucking... Der fucking... Der fucking... Der Fallschirm ist despawned, Alter. Ich krieg echt die Crisis hier noch. Ich krieg die fucking Crisis. Ich hab den Fallschirm sogar noch extra ausgewählt. Er war auf meinem Rücken, Alter. Und er stirbt mitten in der Luft. Und warum ist der Luftdruck da oben so krass, oder was? Das kann doch nicht wahr sein, Spiel, dass es so lame ist, Mann. Die Donation, Mann. Wir packen das jetzt. Ich hab ja echt keinen Bock mehr auf die Scheiß-Mission. Wisst ihr, was jetzt ein richtiger Gag wäre? Entweder stürzt das Spiel jetzt ab, oder die Motorsäge hat kein Benzin mehr. Trostspende. Ja, danke, Justway, Mann. Bester Mann. Okay. Sagen wir mal den hier noch. Oh mein Gott, der Sandwich ist schon wieder real. Oh mein... Nicht den Move, Mann. Du sollst einfach laufen lassen, die fucking Kettensäge. Er macht schon wieder Scheiße, der CJ. CJ kommt da raus aus dem verfickten Eck, Mann. Oh mein Gott, der Sandwich ist schon wieder real. Oh mein Gott. Dann machen wir einen kurzen Lego-Stream. Ganz kurz. Ich hab nicht viel... viel kaputt gemacht. Bloß ein bisschen. Die Leertaste. Die Tabulator-Taste. Und die... die Shift-Taste. Und die... ...gekauft hat. Und wir Rockstar Games für den Müll, der hier abgeliefert wurde, haben wir zu viel Geld in den Arsch gepustet haben. Diese Nutten, Kinder, Mann. Drecks-Game, Alter. Na gut, ich kann ja Rockstar eigentlich nicht dafür haten, dass ich auf European-Extreme-Mod spiele und dass diese Mission einfach nur Cancer ist, Mann. Und dass halt nix funktioniert. Die scheiß Steam-Version kriegt auf jeden Fall keine Kaufempfehlung von mir. Auf gar keinen Fall, Mann. Was ist denn das jetzt hier? Macht er... Ich muss landen, Alter. Leck mich mal nicht ab mit deiner behinderten Katze. Guck dir das an. Genau so eine Scheiße passiert... Was zum Teufel, Alter! Wie kann der auf einmal auf dem Container stehen mit einer automatischen Schrotflinte? You're fucking kidding me! Corsa, Corsa, ich danke dir für deine netten Worte. Surprise, Motherfucker! Surprise, Motherfucker! Verdammte Fickscheiße, ey! Hab alles gelernt fürs Leben. Ah, just weh, Mann. Danke für die Donation. Mehr braucht man nicht, oder? Im Leben. Verdammte Fickscheiße, ey! Damit beeindruckst du bei jedem Vorstellungsgespräch. Was Anzug braucht kein Mensch, Alter. Geh mit Piraten-Outfit wie Drachenlord. Gehst du einfach zum Vorstellungsgespräch, Mann. Und dann haust du einfach mal verdammte Fickscheiße heraus und dann weiß der Arbeitgeber sofort... Aber du bist Just Cheap-Fan, oder? Ja, ich bin auch riesiger Fan von ihm. Zack, hast du den Job. Garantiert, Leute. Garantiert. Das ist wirklich... Bulletproof. Also, ihr kriegt jeden Job mit dieser Aussage. Ah, da schießt er nicht, Mann. What the fuck, Alter? Was ist mit der Tür schon wieder los? Da steht einer. Was? Wo denn? Wieso? Ich hatte doch noch volle Lebensenergie. Ich hab mitestens 50 Snacks gegessen. Ey, ich geb mir so viel Mühe und es ist so ein Schrott einfach. Es ist so ein verfickter Schrott, Mann. Gib ihm doch den fucking Headshot, Alter. What the fuck, Leute? Was wohnt denn? Wer denn? Wo denn? Ernsthaft, Leute? Ernsthaft? Wo war der? Wo war der? Der kann mir niemals vom Erdgeschoss so schnell hinterhergelaufen sein. Das geht nicht. Das ist physikalisch unmöglich. Ich weiß nicht, wo der war, Mann. Der hat mich durch die Wand weggesprayt. O Signshaf. Wo war der? Wo war der Mann. Wo war der Mann.